Kennen auch Sie dieses ungute Gefühl, wenn Sie Ihre Wohnung verlassen, um in Urlaub zu fahren? Oder Sie lassen das Licht brennen, wenn Sie abends weggehen, aus Angst vor Einbrechern? Dank der Sicherheitssysteme Wollenberg, dem Fachbetrieb für mechanische Sicherungen seit 1999, können Sie nun getrost Ihr Heim verlassen. Fenster und Türen werden mechanisch gegen Einbruch gesichert. Wir bieten verdeckte Pilzkopfbeschläge, die Ihren Fenstern außerdem ein langes Leben und mehr Dichte ermöglichen. Auch Sicherheitsverglasungen, Fenstergitter und Schließanlagen werden von unseren sorgfältig arbeitenden Tischlergesellen geliefert und montiert. Vereinbaren Sie einen Termin und wir stehen Ihnen mit einer individuellen Beratung zur Verfügung. Kompetente Abwicklung sowie modernste Sicherheitskonzepte garantiert.